Herzlich willkommen zum Horrorzeit-Jahresabschluss. Dieses Jahr gab es natürlich auch wieder einige echt gute Horrorfilme und einige echt schlechte Horrorfilme. Deswegen habe ich das Ganze wieder in zwei Videos aufgeteilt. In diesem Video möchte ich mit euch heute über die schlechtesten Horrorfilme 2023 reden und im nächsten Video dann über die Highlights von 2023. Schaut euch also unbedingt auch das andere Video an, sobald es online geht. Schreibt mir wie immer auch gerne eure Wahl in die Kommentare, was war für euch der schlechteste Horrorfilm, der 2023 erschienen ist. Wir legen los mit dem ersten Film Bär. Beth, we should go. Und dieser erste Film steht so ein bisschen sinnbildlich für einen Trend, den es dieses Jahr gab. Und hier hatten wir also die Kombination, war es ein Bär auf... Das ist ja so schräg. Und man hat es auch wirklich deutlich gemerkt, dieser kuriose Titel hat definitiv die Neugier von vielen Leuten angezogen. Wir werden auch später zu Winnie Pooh Blood and Honey kommen, wo genau derselbe Effekt gegriffen hat. Doch wie man sich schon denken konnte, steckte auch bei... Ich finde, das hat man auch schon nach dem Trailer gemerkt, nicht wirklich dahinter. Und ja, es stimmt, dieser Film basiert wirklich auf historischen Fakten. Denn 1985 fand ein Schwarzbär ein Säckchen mit... Und das war tatsächlich schon die wahre Geschichte. Und deswegen war ich natürlich von Anfang an ziemlich skeptisch bei dem Film, weil auch schon der Trailer sehr klamaukig wirkte, wie man aus diesem kleinen Fakt eine ganze Geschichte stricken soll. Und man hat deutlich gemerkt, dass Elizabeth Banks, die hier die Regie übernommen hat, das einfach nicht geschafft hat mit ihrem Team. Denn man merkt deutlich, dass... Wer zu keinem Zeitpunkt genau wusste, wo sie hinwollen. Denn die Situationen mit den Bären sind nicht gruselig, sind nicht krass, sind nicht sonderlich lustig. Das heißt, sie haben sich nicht getraut, in diese, sag ich mal, extremere Horror-Richtung zu gehen. Es ist manchmal vielleicht ganz im Ansatz da gewesen, wurde aber dann direkt dadurch zerstört, dass sie immer wieder versuchen, eine ernste, rührselige Familiengeschichte zu erzählen, was einfach überhaupt nicht klappt. Am Ende gehen sie sogar so weit, dass sie das Familiendrama der Menschen mit den Bären verknüpfen. Wirklich eine sehr enttäuschende Erfahrung, die sich einfach nicht entscheiden kann. Wir haben so gute Glück in der Natur. Während dieser Film noch etwas Produktionsqualität hatte, sah das bei Winnie Pooh Blood & Honey anders aus. Wie ich schon angedeutet habe, sorgte dieser Titel wirklich für sehr viel Interesse, denn er basiert auf der Kindergeschichte von Roald Dahl. Da die Lizenz dieses Jahr ausgelaufen ist, interessieren sich scheinbar auf einmal sehr viele Leute für Winnie Pooh. Und die Filmemacher haben 100.000 Dollar in die Hand genommen, was natürlich super wenig ist und konnten einen Mega-Erfolg landen. Nicht nur war das Interesse groß, sobald man eine Schlagzeile und so weiter gesehen oder gelesen hat. Die Leute sind tatsächlich sehr viel ins Kino gegangen und der Film konnte 5 Millionen Dollar einspielen. Wie gesagt, ein Riesenerfolg und es ist auch bereits eine Fortsetzung in Planung. Diesmal wollen sie etwas mehr Budget in die Hand nehmen. Und ich habe noch etwas Hoffnung, dass diesmal vielleicht ein besserer Film dabei rumkommen kann. Denn wir haben bei Terrifier 1 und 2 gesehen, was eine riesige Steigerung da wirklich möglich war, was Produktionsqualität angeht, Geschichte und so weiter. Diejenigen von euch, die sich den Film tatsächlich angeguckt haben, werden gemerkt haben, dass es wirklich einfach ein richtiger Trash-Film geworden ist. Die Schauspieler sind alle total unsympathisch, unprofessionell, haben nichts Charmantes an sich. Es ist ein ganz, ganz simpler Slasher, der aber alles, was einen Slasher interessant macht, nicht schafft. Es fängt schon damit an, dass die Kostüme der Winnie-Pooh-Charaktere, die haben wirklich versucht, mit so Masken die einzelnen Charaktere so ein bisschen darzustellen, überhaupt nicht gruselig sind, super trashig und einfach unangenehm aussehen. Es wirkt einfach wie so ein Schüler oder von mir aus Filmstudenten-Projekt, die einfach irgendwie mal versucht haben, wir probieren jetzt einen Slasher zu machen. Und es ist wirklich sehr schade, dass bei dieser eigentlich ja ganz coolen Idee nur dieses Gimmick-hafte übergeblieben ist. Denn Märchen generell sind eigentlich eine tolle Vorlage für Horrorfilme und von mir aus auch Slasher. Aber Winnie-Pooh-Blatt & Honey hat daraus einfach gar nichts gemacht. Bevor wir zum nächsten schlechtesten Horrorfilm 2023 kommen, möchte ich mich auch nochmal ganz kurz bei euch bedanken. Vielen Dank für dieses wunderschöne dritte Jahr hier auf Horrorzeit. Einige von euch haben es ja vielleicht mitbekommen. Seit Mai konnte ich mich tatsächlich Vollzeit selbstständig machen mit Horrorzeit. Und das konnte ich vor allem deswegen tun, weil ihr so fleißig meine Videos geguckt habt. Und natürlich auch nochmal einen besonderen Dank an alle meine Supporter durch Kanalmitgliedschaft auf Patreon oder Steady. Durch euch konnte ich diesen Schritt in die Vollzeit-Selbstständigkeit wagen. Und ihr ermöglicht es auch, meine Arbeit auf diesem journalistischen Niveau zu machen, das ihr alle gewohnt seid. Also vielen Dank dafür. Kommen wir als nächstes zu der größten Enttäuschung des Jahres für mich ganz persönlich. Insidious The Red Door. Die meisten von euch wissen, dass ich ein riesengroßer Insidious-Fan bin. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung alle Sachen, die ich zu dem Thema gemacht habe. Ich habe ein Review zum Film gemacht. Ich habe alle James-Warn-Filme gerankt. Euch die ganze Geschichte aller Insidious-Filme zusammengestellt und so weiter. Ihr merkt, ich brenne wirklich leidenschaftlich für das Thema. Und Insidious 1 ist zum Beispiel auch eine meiner absoluten Lieblingsfilme. Den mag ich noch lieber als Conjuring. Deswegen natürlich habe ich mich auf diesen neuen Teil sehr gefreut. Dadurch, dass aber Patrick Wilson die Regie übernimmt, war ich wirklich sehr verunsichert. Die meisten kennen ihn als der Vater aus Insidious oder auch der Conjuring-Reihe. Also es ist ein toller Schauspieler, der seine Rollen wirklich immer sehr gut verkörpert. Aber hier als Regisseur und vor allem mit dem Skript hat es einfach nicht gereicht. Ein anderes großes Problem bei Insidious The Red Door war für mich außerdem die schauspielerische Leistung von Ty Simpkins. Die Geschichte geht ja hier direkt weiter. Wir sehen, wie der ehemals kleine Dalton jetzt auf die Uni geht. Und wir sehen, dass ihm eben da das Böse auch hingefolgt ist. Und dass er da auch beim Zeichnen seiner Gemälde, er studiert etwas in Richtung Kunst, dass er eben beim Zeichnen seiner Gemälde mit etwas Dunklem konfrontiert wird. Er hat nämlich sein Gedächtnis verloren, weiß also gar nicht mehr, was damals passiert ist. Also von der Grundidee her eigentlich eine super Geschichte. Man merkt aber leider bei ihm das ehemals kleiner, süßer, junge Problem. Er hat damals als junger Schauspieler seine Sache ganz gut gemacht, weil er nicht viel zu tun hatte. Jetzt ist derselbe Schauspieler erwachsen geworden. Und man merkt, leider ist er kein sonderlich guter Schauspieler. Ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen verwundert bin, dass Ty Simpkins ähnlich wie Finn Wolfhard momentan in so vielen Filmen ist. Er hatte ja zum Beispiel auch eine nicht allzu kleine Rolle in The Whale. Und ich finde, leider bei ihm merkt man, dass sein Schauspiel keine wirkliche Tiefe hat. Er muss immer relativ viele emotionale Momente rüberbringen und schafft dies nicht wirklich. Und so gibt es auch in Insidious The Red Door viele Momente, wo er eben Streit mit seinem Vater hat. Und es ist so eine wirklich sehr gespannte Beziehung und Situation zwischen den beiden. Und immer wenn sie dann streiten, wirkt es wirklich fast wie in so einer Soap-Opera. Auch wenn natürlich die Insidious und Conjuring-Reihe bekannt dafür ist, dass sie viele diese klischeehaften, lauten Jumpscares hat, mit diesem Geigensound unterlegt. Finde ich doch, dass gerade zum Beispiel Insidious 1 oder auch Conjuring 1 das so viel besser und eleganter gelöst haben. Wohingegen Insidious The Red Door wirklich einfach nur zum billigen Jumpscare-Fest verkommen ist. Alle Charaktere aus der Insidious-Reihe, die cool waren und das Ganze interessant gemacht haben, sind mittlerweile auch nicht mehr da oder kommen nicht wirklich zum Einsatz. Also wirklich ein sehr inhaltsleerer Film selbst für diese Reihe. Und ich bin im Kino fast eingeschlafen. Kommen wir zu einer weiteren Enttäuschung, die mich wirklich am wenigsten überrascht hat, dass sie mir nicht gefallen hat. Five Nights at Freddy's. Den Film habe ich ja auch umfangreich hier als Review auf Horrorzeit besprochen. Deswegen werden wir es ein bisschen kürzer halten. Ich kenne die Spiele, war aber jetzt nie ein riesengroßer Fan davon. Und ich fand die Idee ganz nett. Ich fand die Figuren, die er sich da hat einfallen lassen, ganz nett. Und ich fand es auch immer ganz interessant, dass es da so eine riesengroße Lore gibt und so. Und man hat auch deutlich gemerkt, dass dieser Film die Lager sehr stark gespalten hat. Als ich mein Review hochgeladen habe, wurde ich wirklich überschüttet mit Kommentaren, dass das ein Film für Fans sei und dass ich das ja alles nicht verstanden habe. Und es war scheinbar ganz schwer, den Film wirklich als Film zu besprechen, weil er für viele Fans so stark mit diesem ganzen Universum, mit dem Kosmos. Es gibt Five Nights at Freddy's Bücher. Es gibt so viele Filme. Es gibt so viel Lore und noch Fangeschichten. Es gibt da so viel, dass ich den Film wirklich nur als Film gesehen habe. Und für mich hat er wirklich gar nicht funktioniert. Weder die Geschichte von dem großen Bruder, der sich um seine kleine Schwester kümmern muss, weil sonst niemand mehr von der Familie übergeblieben ist, weil es da einen tragischen Vorfall gab, der ihn auch immer wieder heimsucht. Und leider wurde das dann so gestaltet, dass wir sehen, wie er jede Nacht da in der Pizzeria abhängt und schläft und diese Träume hat. Und das einfach immer wieder und immer wieder. Ich habe es ja im Review beschrieben. Und auch jegliche Interaktion mit den Puppen ist wirklich relativ langweilig. Es gibt keine coolen Kills oder keinen coolen inszenierten Grusel mit diesen wirklich gut aussehenden Puppen. Also Five Nights at Freddy's ist für mich schon eine der enttäuschendsten Filme mit größerem Budget. Aber auch dieser Film war ein riesengroßer Erfolg. Scheinbar gibt es wirklich immer noch so viele Fans von dem Ganzen, dass ich mir auch sicher bin, dass es da auch noch weitere Verfilmungen geben wird. Die nächsten schlechtesten Horrorfilme des Jahres sind wahrscheinlich einige, die die meisten von euch nicht gesehen haben. Ich gucke im Jahr nun mal sehr, sehr viele Filme und deswegen möchte ich euch auch diese Titel nennen, die mich eben enttäuscht haben, auch wenn sie etwas kleiner sind. Ich habe vorhin ja schon mal so einen kleinen Minitrend angesprochen und möchte euch jetzt einen weiteren Trend vorstellen, den es dieses Jahr gab. Und zwar Horrorfilme, die einen alten, bekannten Film nehmen und daraus so ein bisschen ihr Ding machen. Und davon sind dieses Jahr einige erschienen. Wir hatten zum Beispiel Totally Killer, was so ein bisschen zurück in die Zukunft nimmt und daraus so einen Slasher macht, der mir ganz gut gefallen hat auf jeden Fall. Und dann gab es jetzt relativ frisch It's a Wonderful Knife, was eine Anspielung ist auf den Film It's a Wonderful Life. Für viele ein Film, den sie auch sehr gerne zur Weihnachtszeit gucken. Und It's a Wonderful Knife hat zum Beispiel Justin Long in der Hauptrolle. Er spielt wieder so einen unfassbar überdrehten, auch bösen Charakter. Und ich weiß, dass einige wirklich große Fans von Justin Long sind. Ich gehöre absolut nicht dazu. Ich finde seine überdrehte Art zu spielen einfach anstrengend. Und gerade in dem Fall von It's a Wonderful Knife sticht das auch nochmal besonders negativ hervor, weil Justin Long als einziger Schauspieler total überdreht ist und so übertrieben böse. Es wird wirklich wie aus dem Zeichentrick und alle anderen Charaktere alles sehr ernst nehmen. Und dadurch fühlte sich der Film die ganze Zeit so an, dass er nicht genau wusste, wo er hin will. Fast schon ähnlich wie bei Cocaine Bear. Das ist so eine Sache, die man bei schlechten Filmen oft merkt, dass sie sich nicht entscheiden können. Und ich habe da immer die Theorie, dass da vielleicht Produzenten zu viel reingequatscht haben und es deswegen zu so einem Kuddelmuddel kommt. Und dabei ist die Geschichte eigentlich echt okay. Die Protagonistin hat vor einem Jahr an Heiligabend die Stadt vor dem Killer bewahrt. Und alle behandeln sie seitdem aber echt komisch. Und sie ist sehr, sehr traurig und wünscht sich, genau wie im Originalfilm, dass sie am liebsten gar nicht geboren wäre. Und auf einmal wird sie in ein Paralleluniversum manövriert, wo der Killer wieder am Leben ist. Aber was sie daraus machen, ist einfach total flach. Falls es da draußen Fans von Creepypasta gibt, müsst ihr jetzt zuhören. Falls ihr nicht wisst, was das ist, habe ich euch einen Videopodcast in der Beschreibung verlinkt, wo ich mit zwei Kolleginnen sehr umfangreich über das Thema gesprochen habe. Dear David war auf jeden Fall ein Twitter-Thread, der 2017 total viral gegangen ist. Da hat ein BuzzFeed-Autor nämlich beschrieben, dass er heimgesucht wird von einem gruseligen Jungen, dem ein Teil seines Kopfes fehlt. Und dass er irgendwie jede Nacht immer wieder auf einmal gruselige Sachen in seinem Apartment passieren. Und er hat das quasi in einem Twitter-Thread so live geblockt. Und das ist halt total viral gegangen. Und jetzt ist ein Film darüber entstanden, der auch Dear David heißt. Ja, auch da habe ich mir schon gedacht, wie will man aus diesem Twitter-Thread, der wirklich ewig ging und der sich auch nach und nach erst so entwickelt hat, wie will man daraus bitte einen Film machen? Und es ist wirklich ein absoluter Flop geworden. Und es wirkt wie eine reine Werbung für BuzzFeed. Einige von euch kennen sich ja die Seite. Die meisten haben bestimmt schon mal so ein Quiz gemacht oder so eine von diesen Top-Listen von denen gesehen. Und es geht eigentlich die ganze Zeit nur um diesen Büroalltag bei BuzzFeed. Natürlich ist, wer der Chef? Justin Long. Genau, wieder eine Chance für Justin Long, einen unangenehmen, unsympathischen Charakter zu spielen. Hier halt der Chef. Und wir sehen halt, wie dieser BuzzFeed-Redakteur Adam Ellis total unglücklich ist bei seinem Job. Und er bringt nicht genug Leistung. Und auf einmal passiert ihm eben diese Sache. Und er entscheidet sich, daraus einen Artikel zu machen. Und auf einmal ist er super erfolgreich. Und wir beobachten halt, wie er Nacht für Nacht weiter heimgesucht wird. Es wird immer wieder die Spannung rausgenommen, weil wir dann ja immer wieder diesen relativ langweiligen Büroalltag im BuzzFeed-Büro sehen. Und das ist einfach ein großes Beispiel dafür, dass nicht alle viralen Themen sich als Film und gar als Horrorfilm eignen. Also spart euch diesen Film, bitte. Kommen wir zu einem Film, auf den ich mich jetzt wirklich jahrelang gefreut habe. Ich habe die Ankündigung dieses Films, glaube ich, in insgesamt drei Videos reingepackt, wo ich euch vorgestellt habe, welche neuen Horrorfilme erscheinen. Das werde ich euch auch Anfang Januar wieder produzieren. Das mache ich ja eigentlich jedes Jahr, dass ich euch einmal vorstelle, hey, auf diese Horrorfilme können wir uns freuen. Und Dark Harvest oder auch Die dunkle Saat war immer ein Teil davon. Und jetzt ist der Film endlich erschienen. Das Ganze basiert auf dem Roman von Norman Partridge. Und ich habe mich wirklich sehr drauf gefreut, weil ich diesen Kleinstadt-Horror sehr gerne mag. Und in dieser Variante ist Sawtooth Jack die Entität, die diese Kleinstadt heimsucht. Und ich muss einfach sagen, dass mich die Darstellung dieses Gegenspielers ziemlich enttäuscht hat. Ich fand sie nicht besonders gruselig. Ich fand sie nicht irgendwie gut inszeniert. Das ist aber auch gar nicht mein Hauptproblem. Ich fand einfach die Charaktere und die Geschichten, die dort präsentiert wurden in dieser Kleinstadt, haben mich unterm Strich einfach ziemlich gelangweilt. Das ist einfach so schade um dieses wundervolle Setting an Halloween. Aber ich habe doch deutlich gemerkt, dass all das, was gezeigt wurde, einfach nicht irgendwie spannungsvoll oder gar gruselig inszeniert wurde. Und daher für mich leider nur wie ein sehr simpel produzierter Teenie-Film wirkte. Und ich muss sagen, alles in allem ist das eigentlich echt okay. Denn bei fast allen Horrorfilmen, die ich dieses Jahr als schlecht einkategorisiert habe, habe ich es mir bereits nach dem Trailer gedacht, dass das wahrscheinlich nichts Tolles werden wird. Und deswegen gab es nur wenige wirkliche Enttäuschungen. Aber genug von der schlechten Energie, kommen wir jetzt zu der Crème de la Crème, den besten Horrorfilmen 2023. Vielen Dank für euren treuen Support und genießt die Furcht. Ich bin nicht dá旨 what ich mir leit bef merchants bekommt. Ja. Du ne K внутl tentest.